Meine Reaktion auf die Reaktion meiner Mitmenschen war dann eher, ich habe es gelassen gesehen, mit Geduld, habe es mit Humor genommen und es gab aber auch eine ganze Menge Vorurteile und wie gesagt, ich habe es dann, habe ich dann selber darüber lustig gemacht, habe mit den Vorurteilen gespielt und die Menschen haben nachher von alleine erkannt, dass die Vorurteile an sich haltlos waren und ich habe ganz einfach versucht, den Islam besser zu leben und danach haben die Menschen einfach festgestellt, okay, der Eindruck, den wir zuerst hatten, war dann doch falsch und sie haben dann erkannt, dass die Vorurteile einfach falsch waren und die Reaktion war dann ganz einfach auf beiden Seiten dann eher positiv.